So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tom Clancy's Day Division 2. Nix, wir sind voll. Okay, gut, wir machen einen Nebeneinsatz und zwar das hier. Outcasts haben ein Haus in der Virginia Avenue gestürmt. Mindestens eine bestätigte Geisel im Innenhof. Das war's? Mehr hast nichts dazu zu sagen. Okay, Sendung von Columbia Plaza. Vorräte entdeckt. Da laufen wir jetzt mal hin und schauen, was wir da ausrichten können. Das ist ja eh gleich da um die Ecke. Das ist ja das Leihwande. Aha, da müssen wir da runter. Und schwuppdiwupp. Und das nehmen wir uns auch gleich mit. Super. Ein Waschbär. Er versteckt sich unten. Süßes kleines Ding. So, Moment. Der Strich ist da drüben. Wir müssen den Strich folgen. Wir gehen nicht auf den Strich, sondern wir folgen ihn. So, das ist... Ah, da oben. Da oben ist es schon gelb. Da. Sieht man schon. Das wird wahrscheinlich da drinnen sein. Outcasts halten im Innenhof eines Wohnhauses eine Zivilistin gefangen. Ihr Stichwort, Agent. Sichern Sie das Gebiet und befreien Sie die Geisel. Jawohl. Sehr gerne. Da hat man nochmal Muni. Okay. Wir sind aber voll. Aha. Da geht es gleich voll ab. Schrei um Hilfe. Fick dich. Ja, genau. So macht das Spaß. So, du stehst ungeschützt, oder? Das nutze ich gleich mal. Das Nachladen ist schon ein bisschen... Aber schaut's. Boom. Weg ist er. So, da hinten versteckt sich auch einer. Ja, ja. Schau mal. Ich hab was für dich. Und bumm. Haha. Oh, die macht viel Schaden. Das ist gut. So, hauen wir mal die Drohne raus. Schade. Ja, ja. Du schießt auf mich. Ich schieße auf dich. So. Ah, okay. Gut. Ein neuer. Und er ist weg. Das war es aber noch nicht, oder? Na, da hinten. Ja, kommt's nur. Kommt's nur. Flammenwerfer-Typ. Hab dich. So, einmal. Und Nummero zwei. Perfekt. So, einen gibt's aber noch irgendwo. Da ist er. Da ist er ja. Mr. Flammenwerfer. Den Gefangenen retten. Das war's. Sind wir schon fertig? Sind wir schon durch? Na, oder? Ein Kinderspielplatz. Kann ich da rein? Kann ich schaukeln? Ah, die Schaukeln sind kaputt. Na gut. Nicht aufhalten lassen. Na, reden wir mal mit der Geisel da. Okay, da kommen sicher noch Wellen. Hier kann ich rauf. Hier kann ich auch gleich rauf. Okay. Da hinten haben wir noch eine Munitionskiste. Warte, ich komm gleich. Ah, die brüllt mich eh Gott sei Dank nicht an. Na, dann beginnen wir mal. Servus, grüß dich. Scheiße, bin ich froh, sie zu sehen. Diese Bastarde wollten, dass ich noch mehr Leute hierherlocke. Die haben wohl nicht damit gerechnet, dass auch ein Division Agent kommt. Hier wimmelt es von diesen kranken Wichsern. Und einer von ihnen hat den Schlüssel zum Käfig. Wahrscheinlich ist er in der Tiefgarage. Okay. Parkhaus erreichen. Müssen wir doch nicht hier oben kämpfen, sondern unterirdisch. So, was haben wir hier Schönes drinnen? Nix. Munitionskiste wie immer. Da haben wir Nahrung. Gleich 25. Sehr gut. Mach mal da auf. Ah, Toiletten. Sehr gut. In Toiletten ist immer irgendwas drinnen. Eine Granate. Wenn wir was gelernt haben von Division, dann in den Toiletten ist immer irgendwas drinnen. Ich hoffe, das bleibt auch im dritten Teil so. Was haben wir hier Schönes? Stahl? Elektronik? Okay. So viele Spinde und ich kann sie nicht öffnen. Das ist so schade immer. Durch die Türe. Okay. Moment. Ich schaue nur schnell. Aber da scheint eh nichts mehr zu sein. Ventil können wir auch nicht drehen. Hier auch nicht. Gut. Passt. Was haben wir hier? Stahl? Schon wieder Elektronik. Wahnsinn. Aha. Ach so. Da müssen wir jetzt draufballern. Na dann. Machen wir das mal. Putz. Schlüssel finden. Okay. Na dann gehen wir es an. Das stellen wir gleich mal darauf. Und hier bin ich. Kommt her da. Ja genau. Auf den schießt du. Der ist weg. Sehr gut. Das war mal das schwierigste von allen. Schießt auf ihn. Fass ihn. So. Ich helfe dir ein bisschen. Sehr brav. Drohne raus. Ah. Du wolltest da gerade. Gell? Wieso auch immer der jetzt geschockt war. Aber okay. Gut. Mir soll es recht sein. Scheiße. Mein Geschütz ist schon weg. Schade. Das war aber schön in den Kopf. Leider Gottes zu wenig. Schade. So. Sobald sie den Schlüssel haben. So. Den Schlüssel haben wir. Schauen wir mal, ob es da noch was zum Looten gibt. Hier ist noch was. Sehr gut. Hier hinten in der Ecke ist nix. Der Typ hat was fallen lassen. Eh klar. Da sind die Leute auszukommen. Muss ich da auch entlang? Ja. Muss ich. Hier haben wir Nahrung. Wir gehen gleich wieder zurück. Moment. Somit haben wir das fertig. Da können wir dann einfach nur durchlaufen. Ich möchte noch auf die andere Seite noch schauen. Aha. Seht ihr? Was ist denn das da? Zieldaten. Okay. Keine Ahnung. Wird schon passen. Ansonsten glaube ich war es das. Na. Da ist noch eine größere Box. Was ist hier drinnen? Uh. 149 plus. Das rüsten wir uns gleich mal aus. So. Na. Machen wir weiter mit der Mission. Und holen wir die aus dem Käfig raus. Die arme Seele. Mit einer Hand. Like a Hulk. Und da wieder rauf. Okay. Das ist das Geile bei Division. Hier nochmal auffüllen und da geht es wieder raus zum Käfig, oder? Es hängt alles so. Alles aneinander. Es ist einfach geil gemacht, finde ich. Da ist der Käfig. Da ist der Käfig. Na gut. Na dann komm mal. Achtung Agent. Eine Gruppe feindlicher Kämpfer nähert sich ihrer Position. Da können wir rauf. Sichern Sie das Gebiet und befreien Sie anschließend die Geisel. Jupp. Da kommen's. Flammenwerfer mal weg. Grenadier. Da drüben. Ich muss Position wechseln. Das ist sicher ein Molotov-Cocktail, oder? Ja. So wie ich das gehört habe, ja. So. Aber er muss weg. Sehr gut. Aber das war's noch nicht, oder? Hof sichern noch immer, okay. Oh, da vorne können sie aber auch raufkommen. Hinter mir aber auch. Ich stelle mal mein Geschütz da oben hin. Hier. Den ballere ich ab. Sehr braves Geschütz. Brav, Geschütz. Ja, schnapp ihn dir da unten. Uiuiui. Von hinten? Okay. Hat eine Rüstung drauf. Das Geschütz macht das. So. Den einen Hammer. Das Geschütz feuert. Das Geschütz ist schon geil. Das Geschütz ist schon geil. Kann man nix sagen. Da kommen... Oh, es kommen noch mehr. Oh, ein Gelber. Ja gut, du mit deinem Flammenwerfer kannst du da unten nicht wirklich sehr viel anfangen. Ich lade mal nach. Ich lasse mir Zeit. Oh, er kommt rauf. Oh, er kommt rauf. Tatsächlich, er kommt rauf. Schnell weg. Schnell weg. Wir gehen da ganz nach hinten. Und jetzt gebe ich dir von einfach von der Entfernung. Ja, sehr gut. Und der fliegt runter. Und der Grenadier ist auch weg. Da ist der Letzte. Ich glaube, er ist der Letzte. Der Letzte seiner Art. Na, haben wir auch gut gemacht. Kann man nix sagen. Ist schon gut. Na gut, dann komm mal raus. Ich befreie dich. Kein Problem. Die zivile Miliz ist unterwegs und übernimmt ab jetzt. Gute Arbeit, Elf. Danke. So, Stufenaufstieg. 26. Nein. Anscheinend nicht. Schade. Aber wir sind fertig. So, da wasser. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Den Kontrollpunkt möchte ich jetzt nicht einnehmen. Den möchte ich halt mal wieder aufheben. So wie immer. Ich würde mir das gerne mit euch anschauen. Ort von Interesse. Was auch immer es ist. Schauen wir uns das einmal an. Ist das weit weg? Nein, das ist nur 150. Das ist gleich um die Ecke. Das ist gut. Moment. Trinkwasser. Danke. So, meine Leute kämpfen wieder gegen einen größeren. Sehr gut. Da helfe ich euch. Gibt es ihm, gibt es ihn, gibt es ihn, gibt es ihn, gibt es ihn, gibt es ihn. Hupp. Danke. So, wo ist das? Da vorne. Ort von Interesse. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Echo entdeckt. Echo. Und was war das jetzt? Ah, das ist die Kiste da unten, oder was? Ort von Interesse. Das ist das. Das war's? Sie verlassen das Einsatzgebiet. Das G-Philips-Protokoll. Äh. Ich habe keine Ahnung. Warte jetzt einmal. Ich schaue mal kurz nach auf der Karte. Es bleibt trotzdem bestehen. Hm. Keine Ahnung. Gut, dann holen wir uns da oben das Safehaus. Den Kontrollpunkt lassen wir mal. Was auch immer es ist, ich habe keine Ahnung. Einsatzgebiet wird verlassen. Ja. Keine Ahnung, was ich da machen soll. So, da wäre der Kontrollpunkt, den wir einnehmen müssen. Aber wir rennen jetzt zum Safehaus. Vielleicht brauche ich... Also, ich brauche einen Schlüssel, damit ich den aufmachen kann. Das ignorieren wir jetzt einmal. Huh. Nahrungsvorräte entdeckt. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Geht's da irgendwo... Ah, da geht's rein. Okay. Ah, da geht's noch was zum Looten. Sehr gut. Da hinten auch noch. Und im Kühlschrank auch noch. Bis deppert. Fünf Wasser. Drei Stahl. Was weiß ich was. Da ist noch was. Bis deppert. Ich fühle mich wie bei The Last of Us. Aha. Bildmaterial. Ich schaue mir mal. Ganz kurz. Aber ich glaube, wir haben eh schon alle gesehen. Zumindest haben wir acht von acht. Ich glaube, das haben wir schon alles gesehen, oder? Aber wir schauen uns das dann gemeinsam an. Wo muss ich denn da drauf gehen, damit ich das sehe? Fortschritt, oder? Dann geht man auf Sammelobjekte. Ah, aha. Au. Okay. Und das zeige ich euch dann. Keine Ahnung. Das zeige ich euch dann später. Vielleicht eh noch in dem Part. Schauen wir mal. Ich bedanke mich. Vielen Dank. So, mal da. Viel Glück da draußen, Agent. Shade Tech Behälter erkannt. Wir fragen von West End begonnen. Ja, der hat sich da ziemlich häuslich eingerichtet. So, schauen wir ganz kurz mal auf die Karte. Wir haben jetzt neue Kontrollpunkte gekriegt. Und zwar den hier, den hier und den hier. Uh, das ist gut. Gut, das sind, glaube ich, die letzten. Die letzten Kontrollpunkte. Gut, das heißt, im nächsten Part werden wir Kontrollpunkte einnehmen. Und im übernächsten Part werden wir das Gleiche noch einmal machen. Dann machen wir die Nebenmissionen fertig. Das sind dann noch eins, zwei, drei, vier. Ach, da haben wir auch noch ein Safe House. Okay, dann sind wir noch nicht fertig. Also das Gebiet auch noch. Aber da müssen wir 25 sein. Da sind wir aber fast. Aber nur fast. Zuerst machen wir da mal alles fertig. Gut, dann sage ich vielen, 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 vielen Dank fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Anyways. Jetzt.